Hammer. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Ich bin bereit nach Tammel. Geht jetzt nach Nian zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovengarde herbeiruft. Ruhe und Ehre, der Durant und Gepriesen sei er mit höchstem Lohn. Hammerfett. Halt's der Welt. Drachen, überall Drachen. Da, da, da. Krass. Drachen, überall Drachen. Da, da. Drachen, überall Drachen, überall Drachen. Da, da, da. Da, 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 da. was soll ich jetzt machen abwarten oder wird jetzt los wo mir da fliegt weg tschüss es ist geschafft Alduin Dillon er ist nicht mehr der älteste der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist gewiss Alduin Wachlan Dhani ich hätte euch nicht geholfen wenn ich anderer Meinung gewesen wäre ihr habt getan was notwendig war Alduin hat sich in seiner Pachlok der Arroganz seiner Macht weit vom Weg des rechten Handelns entfernt aber ich kann seinen Sturz nicht feiern zu Tiras Achogmar er war einmal mein Bruder diese Welt wird nie wieder dieselbe sein in der Tat ihr habt klarer gesehen als ich und ganz gewiss klarer als Alduin Wachfuntagorav vielleicht habt ihr nun eine Vorstellung von den Kräften die die Venesetit formen die Ströme der Zeit vielleicht seht ihr die Welt allmählich aus den Augen eines Dova aber ich vergesse mich Krossis Solos mit Fadon Melancholie ist eine Falle in die ein Dova nur allzu leicht tappt ihr habt soeben einen mächtigen Sieg erringen Zahrot Krondrach der für den der Augen zu sehen hat durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird genießt euren Triumph Dova Kinn dies war nicht das letzte Mal dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt Muran so jung habe ich mich seit vielen Zeitaltern nicht mehr gefühlt viele meiner Brüder sind jetzt über Kisan verstreut ohne Alduits Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vasen der Rechtmäßigkeit meines Tun aber ob sie wollen oder nicht hören werden sie es lebt wohl Dova Kinn Tschüss Hammerfett Ups Okay was soll ich jetzt machen Ah Oh da winkt doch ich bezweifle dass viele den Wunsch hegen Alduits Herrschaft für die Tyrannei von Partur Nux Weg der Stimme aufzugeben was mich betrifft so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen Turi Dova Kinn ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an Sue Oderwing ruft mich wenn ihr mich braucht ich werde kommen wenn ich es kann Auf Wiedersehen bis bald Tschüss Tschüss Wow Und jetzt Schwirrt der mir herum oder was Der macht doch nicht was Was ist denn jetzt Das schwirrt doch nur hin und her jetzt oder wat Ist jetzt irgendwas Was ist denn jetzt Habe ich jetzt das Spiel geschafft oder wat Geht jetzt einfach mal zu den alten Oh Gott Ist das jetzt so blöd was die da machen Der fliegt mir da die Oh Bin immer noch da Geht ihr voran Soweit folgt mir Okay Äh Das hätten wir geschafft Oh nein Das ist nur ne Vase Wie es aussieht aber Haben wir es geschafft Das ist Lydia Nur Was machst du denn da Hallo Äh Wir werden hier Oh Wir werden hier Wir werden hier inic fight W in